Herzlich Willkommen zu unserem Livestream-Konzert. Wir sind gerade in Bern. Wir, das ist Sebastian Wienand am Cembalo und ich spiele heute ein Blockflöten-Rezital zusammen mit ihm für Sie. Wir sind sehr glücklich, dass wir in dieser Zeit Musik spielen dürfen und wir hoffen, dass Sie auch ein bisschen Freude daran haben. Beim Kreieren des Programms sind mir zwei Gedanken gekommen. Einerseits der Sieg der Emotionalität über die Rationalität, gerade in den Bach-Sohn-Werken wird das zu hören sein, und in den frühen Stücken Neubeginn. Seien Sie gespannt! 1. 2. 9. 10. 10. 11. 12. 13. 11. 14. 16. 16. 17. 20. 23. 15. 21. 27. 16. 21. 16. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Alles Gute, herzlichen Dank. Es war eine große Freude, für euch spielen zu dürfen. Viele Grüße aus dem wunderschönen Bern und bis bald wieder. Alles Liebe, ciao.